So viele Leute erzählen von mir von limitierenden Glaubenssätzen, aber wenn wir etwas in die Tiefe gehen, merke ich, dass sehr oft viele Leute nicht wissen, was wirklich limitierende Glaubenssätze sind oder sie bei sich selbst nicht aufdecken können. Das ist das Wichtigste. Es geht ja nicht um Philosophie, dass wir Worte verstehen, Definitionen verstehen, sondern dass wir das nutzen können für uns selbst. Heute nehme ich ein Video von draußen auf, vom Strand aus. Das heißt, ein sehr angenehmes Umfeld. Ich habe die Vögel, die im Hintergrund zwitschern, die Sonne, die mir ins Gesicht strahlt, jetzt gerade hinter einer Wolke. Es ist ein heute sehr wolkiger Tag, deswegen wundert euch nicht, wenn es manchmal heller oder dunkler wird, aber das ist jetzt nicht so relevant wie das Hauptthema des Videos. Und das Hauptthema des Videos ist Glaubenssätze. Glaubenssätze, ganz besonders limitierende Glaubenssätze, was sie wirklich sind, wie du sie für dich aufdecken kannst und wie du sie nutzen kannst, um für dich eine Transformation in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Business, in deinem eigenen Mindset zu kreieren. Denn das ist das Wichtigste, das ist das, was wir wollen. Und sehr viele Leute, die sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, haben schon das gehört, Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze. So viele Leute erzählen von mir von limitierenden Glaubenssätzen, aber wenn wir etwas in die Tiefe gehen, merke ich, dass sehr oft viele Leute nicht wissen, was wirklich limitierende Glaubenssätze sind oder sie bei sich selbst nicht aufdecken können. Das ist das Wichtigste. Es geht ja nicht um Philosophie, dass wir Worte verstehen, Definitionen verstehen, sondern dass wir das nutzen können für uns selbst. Und eine der Sachen bei Glaubenssätzen, sie sind unterbewusst, die limitierenden Glaubenssätze. Man weiß gar nicht, dass es ein Glaube ist. Man denkt, dass man etwas weiß. Es ist etwas, was man gar nicht hinterfragt und deswegen sind sie so gefährlich, weil man sie nicht wirklich sieht. Sie sind wie blinde Feinde, die uns im Weg stehen und uns aufhalten auf dem Weg nach vorne. Und das ist eine Sache, die ich erstmal definieren wollte. Was ist wirklich ein Glaubenssatz? Man könnte fast schon sagen, es ist ein Vorurteil. Das heißt, du triffst ein Urteil über etwas, ohne es wirklich erfahren zu haben, basierend auf etwas, was du weißt oder glaubst zu wissen. Das ist die Gefahr. Etwas, was du in deiner Kindheit aufgeschnappt hast, von deiner Kultur, von deinen Eltern, von der Schule, von deinem Umfeld. Vielleicht etwas, wo du einmal eine Erfahrung gemacht hast und hast eine Entscheidung getroffen und hast es bewertet auf eine Art und Weise, die nicht wirklich der Realität entspricht. Und deswegen ist es für dich ein Fakt. Es ist eine Sache. Wie du sagst zum Beispiel, ich bin nicht gut in Mathe. Ich bin nicht kreativ. Ich bin nicht dies. Ich bin nicht das. Die Welt ist so. Menschen sind so. Also Rassismus zum Beispiel entsteht auch aus Glaubenssätzen. Das ist etwas, wo du entweder selbst eine negative Erfahrung gemacht hast oder manche Menschen haben negative Erfahrungen gemacht oder etwas, was sie mitbekommen haben von einem Kollektiv, dass sie einfach eine Meinung haben über eine gewisse Gruppe von Menschen, ohne sie jemals kennengelernt zu haben. Über eine bestimmte Religion, über eine bestimmte, was auch immer, über reiche Menschen zum Beispiel, über einen bestimmten Status, über Frauen, Männer, über so viel. Es gibt so viele Glaubenssätze, die wir haben, aber wir wissen teilweise nicht, dass wir glauben. Deswegen habe ich mal diesen Satz aufgeschrieben. Wir glauben, dass wir wissen, denn wir wissen nicht, dass wir glauben. Und das ist der erste Step, dass man erst mal sich bewusst wird, was ist wirklich das, was ich glaube? Was ist wirklich das, wo ich ein Vorurteil habe in meinem Leben? Was sind die Bereiche? Du hast so viele Definitionen für bestimmte Sachen, für Menschen, für Situationen, für deine eigenen Fähigkeiten, die Glaubenssätze sind. Manche Sachen, die du glaubst, stimmen. Manche Sachen hast du eingeschätzt. Manche Sachen, die du übernommen hast von dem Kollektiv, stimmen. Aber nicht alle. Sehr viele stimmen nicht. Und das ist halt die Gefahr, dass, wenn wir versuchen, bestimmte Sachen zu tun, die gegen unser eigentlichen Glauben gehen, dann kämpfen wir gegen uns selbst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns beschäftigen mit Glaubenssätzen, limitierenden Glaubenssätzen. Wie kannst du jetzt limitierende Glaubenssätze aufdecken? Als allererstes gibt es direkt eine Aufgabe. Und mach diese Übung bitte. Und hör dir das nicht nur intellektuell an. Mach diese Übung wirklich. Nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir einen Laptop, egal wie du es gerne aufschreibst. Und schreib dir auf, all das, was du nicht hinterfragst, was für dich hundertprozentig stimmt, ohne Zweifel. Das sind die Sachen, die so selbstverständlich für dich sind, dass du gar nicht zweimal hingucken würdest. Das sind nämlich die gefährlichsten. Und es gibt bestimmte Formeln, die du für dich nutzen kannst. Weil wir wollen jetzt nicht alle Glaubenssätze analysieren, sondern einfach die, die uns limitieren. Das heißt, fang erstmal an mit, ich kann nicht. Ich kann nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Was kannst du nicht? Ich bin nicht. Was bist du nicht? Was kannst du nicht? Versuch dir alle Sachen aufzuschreiben. Ich kann nicht abnehmen. Ich bin nicht gut mit Menschen. Ich kann nicht auf Fremde zugehen. Ich kann nicht stundenlang am Computer sitzen und arbeiten. Ich bin nicht strukturiert. Was auch immer es ist. Dann, ich sollte. Was solltest du? Ja, ich sollte eigentlich... Ich muss. Was musst du? Ich muss unbedingt. Ich muss, ich muss, ich muss. Schreib mehrere Sätze auf, so schnell es dir einfällt. Sachen, das sind Sachen, wo du gar nicht lange drüber nachdenken musst. Ich muss, ich sollte, ich bin nicht, ich kann nicht. Was fällt dir dazu ein? Schreib dir alles auf. Jetzt mach eine Liste von allgemeinen Sachen. Das sind Sachen, die so selbstverständlich sind. Das ist das, was jeder weiß. Jeder weiß das doch. Das sind Sachen, wie Sachen funktionieren, wie die Dinge sind. Zum Beispiel, es ist einfacher zuzunehmen als abzunehmen. Oder es ist einfacher Geld auszugeben als es zu verdienen. Oder man kann nur erfolgreich werden, wenn man zu jedem nett ist. Oder du kannst nur erfolgreich werden. Oder du kannst nur Geld machen, wenn du andere Menschen ausnutzt. Wenn du andere Menschen überlistest. Wenn du andere Menschen austrickst. Nur dann kannst du Geld machen. Reiche Menschen sind egoistisch. Denken nur an sich selbst. Wollen nur das ganze Geld für sich. Und nicht die anderen. Zum Beispiel, das könnte ein Glaubenssatz sein. Ich werde nur dann geliebt, wenn ich etwas für andere tue. Ich bin du und dann. Ich werde nur dann respektiert, wenn ich Geld habe. Oder wenn ich eine bestimmte Position habe. Und versuche da so ehrlich mit dir selbst wie möglich zu sein. Weil es gibt bestimmte Sachen, die wir nicht sagen, weil wir wissen, dass es nicht gut klingt. Es gibt sehr viele Sachen, die sagen, Leute, die sind sehr eifersüchtig. Aber sie wissen, dass wenn man das sagt, dann wirkt das sehr schwach. Und deswegen sagen die so, ja, also ich habe völligen Respekt. Ich habe gar kein Problem damit. Wenn mein Partner jetzt irgendwie jemand anders anguckt und mit jemandem redet, da habe ich gar kein Problem mit. Aber sie wissen selbst, dass sie nicht ehrlich mit sich selbst sind. Das wollen sie nur nicht anderen Leuten zugeben. Leute, die sagen so, also ich habe kein Problem damit, organisiert und strukturiert zu sein. Das fällt mir gar nicht schwer. Ja, aber du weißt für dich selbst, dass du, wenn du mit dir selbst redest, sagst du, boah, ich will nicht, ich kann nicht, ich bin nicht. Und das ist das, was du aufschreiben solltest. So ist die Welt. Es gibt viele Leute, die haben Vorurteile anderen Menschen gegenüber, aber sie sagen es nicht offen, weil es natürlich dann schlecht auf sich selbst abfärbt. Aber was ist das, was du, wenn du dir in den Spiegel guckst, was du wirklich sagst? Weil dann kommst du wirklich auf das, was du wirklich glaubst in dir. Ein dritter Step ist sehr wichtig, was die Erwartungen von anderen Menschen sind. Was glaubst du, erwarten andere Menschen von dir? Was glaubst du, wollen andere Menschen? Was glaubst du, brauchen andere Menschen? Ja, und du kannst entweder Menschen nehmen aus deinem Leben, du kannst zum Beispiel nehmen, deine Kunden wollen, brauchen. Deine Eltern, dein Partner, deine Kinder, deine Freunde, Menschen allgemein. Was ist das, was du glaubst über andere Menschen? Sie wollen, sie brauchen, sie erwarten. Du weißt nie, was andere Menschen brauchen. Du weißt es nicht, außer du fragst sie direkt. Aber die meisten von uns versuchen zu bewerten. Wir sehen das Verhalten, wir hören, was jemand sagt und wir interpretieren das. Und wir interpretieren das aber basierend auf unsere Glaubenssätze. Das heißt, wenn du einen Glaubenssatz hast, dass, ja, Menschen sind einfach, und ich habe so oft diese Besprechung mit Menschen, ich habe gestern noch dieses Gespräch gehabt mit jemandem, der mir gesagt hat, ja, er ist jetzt neu in Dubai und er kommt eigentlich aus England und da, wo er herkommt, sind die meisten Menschen, er hat eigentlich gesagt, alle, sind alle so verschlossen und du kannst nicht einfach so auf Fremde, weil er hat gesagt, er hat Schwierigkeiten zu netzwerken, hier auf Menschen zuzugehen, auf Fremde zuzugehen. Ich habe gesagt, wo ist das Problem? Wenn du irgendwo hingehst, geh einfach zu Leuten und sag, hallo, fang ein Gespräch an, der, der nicht mit dir reden will, geh weiter, geh zum Nächsten. Sagt er, ja, aber ich kann das nicht, weil ich bin das nicht gewohnt, weil da, wo ich herkomme, ist keiner so. Er hat gesagt, keiner ist so. Ja, wenn du zu Leuten gehst einfach und sagst ihnen, hallo und willst dich vorstellen, dann sagen die, ey, hau mal ab, was willst du denn überhaupt, rede nicht mit mir, ich kenne dich nicht. Und er sagt das, und das Ding ist, ich habe das auch eine lange Zeit geglaubt, dass in Deutschland das so ist, dass, wenn du in Deutschland bist, viele Leute nicht offen sind und wenn die dich nicht kennen, sagen sie nicht hallo und so weiter, aber das ist ein Glaubenssatz gewesen. Weil jetzt, wenn ich nach Deutschland gehe, mit meinem neuen Glaubenssatz, dass ich weiß, dass ich, egal auf welchen Menschen ich treffe, es ist jedes Mal eine neue Person und ich kreiere diese Energie selbst und ich sehe gar nicht mehr die Leute, die nicht mit mir reden, wenn ich sie anspreche, weil ich so viele Menschen anspreche, dass ich sehr schnell zu denen komme, die positiv auf mich reagieren. Und du merkst, ich habe denen gesagt, so, okay, der sagt, ja, aber glaub mir, da, wo ich bin, da sind alle so. Ich habe gesagt, wenn ich dahin gehe, wo du herkommst, bin ich mir 100% sicher, dass, wenn ich einen Tag durch die Stadt laufe, ich vielleicht 10 oder 20 neue Leute kennenlernen werde, die mich nicht ablehnen werden und die nicht dieses Mindset haben. Sagt der, ja, aber okay, du bist anders. Ich habe gesagt, okay. Du hast aber eben gesagt, dass du das nicht machen kannst, weil die anderen so sind. Jetzt sagst du mir, ich könnte es, weil ich anders bin als du. Also wo ist die Limitierung? Bei den anderen oder bei dir selbst? Moment mal, ja okay, vielleicht liegt es daran, dass ich durch meine Erfahrung einen Glaubenssatz kreiert habe, dass alle so sind, jetzt verhalte ich mich dementsprechend, deswegen kreiere ich keine neuen Situationen und deswegen bestätigt sich ja mein Glaubenssatz, weil ich ja nie Beweise bekomme dafür, dass es nicht stimmt. So ungefähr kann das funktionieren in allen Bereichen. In allen Bereichen, in Beziehungen, Männer, Frauen, Kinder, Eltern und man hat eine bestimmte Definition auf Leute getan und sie verändert sich nicht. Auf Kunden, auf einen Markt, auf dein Business, auf eine Idee, auf Verkauf, auf alle Bereiche wird das eine Auswirkung haben. Deswegen ist das so wichtig, weil das ist unterbewusst und sagt, das ist so, die sind so, glaubt mir das. Manche oft sagt, glaubt mir das einfach. Warum soll ich dir das glauben? Das stimmt nicht. Du weißt es ja nicht. Du kannst mir nicht sagen, wie dieser Mensch ist, nur weil du andere kennst, die aus demselben Land kommen oder die ähnlich aussehen oder die so und so angezogen sind. Wir bewerten innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wie jemand ist, wer jemand ist, ob jemand eine Chance geben oder nicht. Die Persönlichkeit von einer Person, Bruchteilen, das Gehirn, das kennt, aber basierend auf was? Auf welchen Informationen? Je nachdem, wie du groß geworden bist, wirst du anders bewerten. Je nachdem, was du eine Erfahrung gemacht hast, wirst du anders bewerten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das angucken. Dass sagst, okay, was wollen, brauchen und erwarten andere Menschen. So und jetzt, guck dir all das an, was du aufgeschrieben hast. Und manche von diesen Sachen werden stimmen, manche aber nicht. Und fordere diese Liste jetzt raus und frag dich, stimmt das? Kann ich zu 100% wissen, dass das, was ich da geschrieben habe, stimmt? Weiß ich das oder glaube ich das nur? Und wenn ich nicht sicher bin, dass es stimmt, wie könnte es anders sein? Versuch es mal zu flippen. Versuch mal etwas zu flippen, dass du sagst, ich bin nicht so. Und du sagst, ich bin. Ich bin nicht kreativ. Ich bin kreativ. Flipp das mal. Weil wenn du sagst, ich bin nicht kreativ, dann filtert dein Gehirn und sucht jeden Moment, wo du nicht kreativ warst, wo du was gemacht hast, wo du irgendwas sagst, ah ja, ich bin nicht kreativ und so. Wenn du sagst, ich bin kreativ. Ja, wie könnte ich, ja okay, ich habe da mal was gemacht, da war ich kreativ, in dem Moment war ich kreativ, da in dem Bereich bin ich kreativ, da bin ich kreativ. Viele Leute sagen zum Beispiel, ich bin nicht diszipliniert, weil sie nicht abnehmen können. Ja, ich bin einfach kein disziplinierter Mensch. Und wir gucken uns an, wie sie arbeiten, sagen, ja bei der Arbeit bin ich diszipliniert, bei meinen bestimmten anderen Sachen bin ich diszipliniert. Ich habe so ein Hobby, da gehe ich immer hin, da bin ich, ah, aber bei der Sache bin ich nicht diszipliniert. Okay, wenn ihr sagst, ich bin diszipliniert, ja eigentlich bin ich diszipliniert. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das heißt, es gibt so viele Bereiche, wo wir etwas verallgemeinern auch. Guck dir das an und versuch das zu flippen. Und jetzt, wenn du dir das anguckst, was würdest du tun, wenn das, was da steht auf deiner Liste, wenn es nicht wahr wäre? Was würdest du tun? Du hast gesagt, Menschen sind so, der Markt ist so und ganz besonders auf dein Business bezogen. Was ist das, was du weißt? Das geht, das geht nicht. Das sind die Limitierungen. Das wollen Leute, das erwarten Menschen, das brauchen Menschen. Was ist aber, wenn es nicht so ist? Fordere das raus. Wir sind so oft, stecken wir fest in der Art und Weise, wie wir glauben, was andere Menschen brauchen. Was wir, wie wir unser Produkt verkaufen. Wie wir in den Markt reingehen. Was der beste Weg ist. Dass wir gar nicht offen sind für andere Wege, für Alternativen, für eine andere Herangehensweise. Und wir sehen manchmal gar nicht, sogar wenn Leute sich beschweren und kritisieren und sagen, wir so, ah, das hat keine Ahnung. Nein. Was ist, wenn das, was ich da aufgeschrieben habe, nicht stimmt? Was ist, wenn es komplett anders wäre? Erlaube es einfach mal, in dem Moment. Erlaube es mal komplett, dass es komplett 100% anders ist. Und jetzt, stell dir die Frage, was würdest du tun, wenn das, was du aufgeschrieben hast, nicht stimmt? Wie würdest du handeln? Und dann ist der letzte Schritt, mach es einfach. Mach es einfach und mach es einfach. Wenn du dir das anguckst, fragst du dich, stimmt das oder stimmt das nicht? Kann ich mir sicher sein. Was ist, wenn es nicht stimmt? Was würde ich tun, wenn das nicht stimmt? Ja, wenn ich auf Menschen zugehe, dann die meisten Leute werden mir nicht abweisen. Was ist, wenn das nicht stimmt? Was würde ich dann tun? Was würde ich tun, wenn ich wüsste, jeder Mensch, auf den ich zugehe, dem ist langweilig. Er würde auch sehr gerne auf andere Menschen zugehen, aber er traut sich nicht. Wenn ich mich auf ihn und wenn ich auf diese Person zugehe, dann freut sich diese Person und es kommen Kontakte, Netzwerk zustande, vielleicht Business, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht was auch immer. Was ist, wenn ich das denke? Was würde ich dann tun? Dann würde ich vielleicht heute fünf Leute ansprechen. Dann geh und mach das. Du glaubst, deine Kunden würden nicht einen gewissen Preis zahlen. Ja, nee, die wären auf keinen Fall wert. Das wird keiner kaufen. Stimmt das? Bist du sicher? Und wenn nicht, was würdest du dann tun? Was würdest du tun, wenn Leute das Doppelte bezahlen würden für deine Dienstleistung? Ja, dann würde ich natürlich das, wie würdest du das dann verpacken? Wie würdest du das kommunizieren? Wem würdest du das verkaufen? Wie würdest du das angehen? Ja, dann würde ich dies, dann würde ich das. Und plötzlich öffnen sich neue Bereiche im Kopf und das ist bei jedem Level. Das ist bei jedem Level. Ich habe das bei Freelancern gesehen, die gerade angefangen haben in der Dienstleistung und sie für 10 Euro verkauft haben und dann irgendwann in der Lage waren, für 50 Euro die Stunde etwas anzubieten. Und du siehst, das sind andere Levels, wo Leute in einem Million Dollar Business sind, aber nicht in der Lage sind, zum nächsten Level zu gehen, weil sie nicht glauben, dass es geht, obwohl sie schon 10 Levels gesprungen sind. Wir haben alle diese Glaubenssätze, wir kommen immer wieder zum nächsten Level und dann denken wir, okay, aber das ist das neue Limit. Das glauben wir, weil wir auch nicht genügend Beweise haben in unserem Umfeld. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Sachen aufschreiben, dass wir sie vor uns haben, dass wir sie herausfordern und dann flippen. Ich hatte Freunde von mir zum Beispiel, die haben mir nie ihre Hilfe angeboten. Die haben gesagt, ja, ganz ehrlich, du kommst immer so stark vor, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, zu fragen, ey, ich habe die und die Sache, da kann ich dich vielleicht dabei unterstützen, kann ich dir da helfen, weil ich dachte, du brauchst keine Hilfe. So, ich, keine Ahnung, so, ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen. Oder zum Beispiel Leute, die mir mal gesagt haben, ich habe das Gefühl, du bist immer busy, weil jedes Mal, wenn ich mit der Rede sage, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Deswegen, wir organisieren öfter so Sachen, wir gehen weg und so, aber wir fragen dich nicht, weil wir das Gefühl haben, du wirst eh keine Zeit haben, du machst sowas nicht. Du redest immer von Hustle und wer geht am Wochenende Party machen und dies und das. Und deswegen haben wir dich gar nicht gefragt. Bis ich sie eingeladen habe, wo ich mal weggegangen oder was organisiert habe, da waren die so, ey, voll cool, danke, dass du uns eingeladen hast und so, wir machen das voll oft, aber wir haben dich nie eingeladen, so, aber wir haben gedacht, so, dass das, aber die haben mich nie gefragt. So, und deswegen haben sie das falsch eingeschätzt. Und es gibt viele Situationen, wo sie eigentlich mich einladen wollten, wo sie es nicht gemacht haben. Genauso wie, ich hatte einen Freund von mir, ja, ich kenne ihn, einen Bekannten, ich habe mehrmals mit ihm trainiert, ich kenne ihn vom Gym, ist so ein Bodybuilder, richtig breit, also das ist echt das Doppelte von mir und mit Tätowierung und toffer Typ und er redet eigentlich immer nur über Training. Und ich habe nie gehört, dass er über Mindset, über andere Themen geredet hat und ich habe ihm nie ein Coaching angeboten, obwohl er sich selbst in seinem Business selbstständig gemacht hat und es gab bestimmte Sachen, wo ich gemerkt habe, so, ey, da hat er Limitierung. Aber ich habe ihm nie ein Coaching angeboten, weil ich erstens nicht gedacht habe, dass er sich dafür interessiert, dass er offen ist dafür. Zweitens habe ich nicht gedacht, dass er sich das leisten kann, weil, basierend auf den Klamotten, die er trägt, was für ein Auto er gefahren hat und so, habe ich gedacht, so, ach, der hat kein Geld, der wird nicht in sich selbst investieren und ich habe nicht gedacht, dass er die Disziplin hat, das durchzuziehen. Und ich lag komplett falsch. Wir sind irgendwann ins Gespräch gekommen, dann hat er mitbekommen, dass sich jemand anders, den ich gecoacht habe, der meinte, eine Voicenote geschickt oder so und dann hat er das mitbekommen und dann meinte er so, ey, so, was machst du genau, wie machst du das genau? Dann sind wir im Gespräch gekommen, dann habe ich angefangen zu coachen. Und das Interessanteste ist, er ist einer von denen, die am meisten das durchziehen. Alle diese drei Bereiche waren falsch. Erstens, er war sehr interessiert und hat sich schon mit solchen Sachen beschäftigt und ist schon zu mehreren Seminaren gegangen. Zweitens, er hat das Budget und investiert das. Er zahlt von Personal Coaching Sessions sehr viel Geld, was ich niemals gedacht hätte. Und das Dritte ist, er setzt es wirklich um. Er ist einer von denen, die am meisten das umsetzen und am meisten Disziplin an den Tag legt von all denen, die ich gecoacht hatte bis dahin. Und da habe ich gemerkt, wie wieder meine eigenen Glaubenssätze, meine eigenen Limitierungen, die ich gar nicht gesehen habe, sondern ich habe gesagt, ach, ich werde ihm das gar nicht anbieten. Und das ist das Problem. Wir limitieren uns selbst, wir begrenzen uns selbst durch gewisse Gedanken, die wir haben, die überhaupt nicht stimmen. Die basieren gar nicht auf die Realität. Das heißt, wir haben wie einen Filter vor den Augen. Wie, wenn du eine Brille, eine Sonnenbrille hast und du guckst durch diese Sonnenbrille und du merkst irgendwann gar nicht mehr, dass du diese Sonnenbrille aufhast und denkst, dass die Realität wirklich so aussieht, bis du wirklich irgendwann die Sonnenbrille abnimmst und dir die Sonnenbrille von außen anguckst. Und so ist das ungefähr, wenn du dir deine Glaubenssätze anguckst. Und das ist eine Übung, die kannst du immer wieder machen. Ich mache die regelmäßig, weil es gibt immer wieder neue Situationen, mit denen du konfrontiert bist, wo neue Glaubenssätze aufgedeckt werden. Manche Glaubenssätze hast du, die limitieren dich jetzt noch nicht, weil du noch keine Situationen hast, wo du wirklich diese Limitierungen spürst. Die sind immer da. Ich habe limitierende Glaubenssätze. Jedes Jahr decke ich wieder neue auf und arbeite an ihnen dann und kreiere einfach Situationen, Routinen und beweise für mich selbst, um es nochmal, weil das wird das so ein Ding. Du kannst einen limitierenden Glaubenssatz sehen und sagen, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem kannst du nicht dementsprechend handeln, weil es dich immer noch limitiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass du für dich selbst Routinen dann kreierst. Wie kann ich jetzt regelmäßig etwas kreieren, dass diese Ergebnisse in der Realität kreieren, die das nochmal bestärken? Weil ich kann jetzt sagen, okay, das stimmt nicht. Ich weiß, ich gehe raus und rede mit Menschen und nicht alle Menschen sagen mir nein. Ich weiß, es gibt Kunden da draußen, die bereit sind, einen gewissen Preis zu zahlen. Ich weiß nicht, alle Ausländer oder nicht alle Chinesen oder nicht alle Afrikaner oder nicht alle Amerikaner sind so. Ich weiß nicht, alle Frauen oder alle Männer sind so. Ich weiß nicht alle. Ich weiß, ich habe diese Fähigkeit zum Beispiel. Aber dieses, wie soll ich das sagen? Dieser Gedanke reicht nicht aus. Ich muss jetzt rausgehen und etwas Neues kreieren durch Routinen. Das können Kleinigkeiten sein, die bei mir jetzt mehr und mehr immer wieder beweisen und das nochmal festigen, dass das eigentlich die Realität ist, die ich kreiere. Bin ich kreativ oder bin ich nicht kreativ? Worauf basiert das? Wenn ich sehr viel kreative Sachen, bin ich fit oder nicht fit? Wenn ich nicht trainiere, werde ich nicht fit sein. Wenn ich nicht meine Kreativität herausfordere, wenn ich keine kreativen Projekte mache, wenn ich nicht mich hinsetze und versuche, etwas Neues zu kreieren und das rauszufordern, wenn ich nicht mit anderen kreativen Menschen, wenn ich nicht mit anderen kreativen Menschen Zeit verbringe in meinem Umfeld, wenn ich nicht Inhalte konsumiere, die das fördern, dann wird mein Potenzial an Kreativität vielleicht sehr niedrig sein. Habe ich das Potenzial, ein guter Surfer zu sein? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie auf einem Surfboard gewesen. Okay, einmal stimmt. Das stimmt nicht. Ich war einmal auf einem Surfboard für zwei Minuten. Wir haben einmal so eine Welle, dann ein zweites Mal, dann war ich so, okay, das reicht. Wenn ich jetzt bewerte, ob ich gut bin oder nicht, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt sagen, ey, das ist nichts für mich. Das ist ein Glaubenssatz. Es muss jetzt nicht sein, dass ich das mache. Es limitiert mich jetzt nicht in meinem Leben, aber es ist trotzdem ein Glaubenssatz, den ich habe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die aufdecken, die uns limitieren. Mach diese Übung. Du kannst die einmal im Monat machen. Du kannst die alle drei Monate machen. Ja, alle zwölf Wochen, dass du wirklich nochmal checkst. Basierend auf deinem Projekt, was du auch jetzt gerade machst. Basierend auf das Feedback, was du bekommst. Schreib dir mal auf, was du denkst, was du glaubst. Was sagst so, ja, so ist das. Ja, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen. Wir bewerten sehr viele Sachen manchmal, die nicht basierend auf Wissen, sondern auf unser Glauben. Also guck dir das wirklich an. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.